Herzlich Willkommen Freunde hier zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute haben wir die Weekend League Belohnungen am Start. Wir rushen das Ganze direkt durch. Ich hasse das nämlich extrem, wenn so Weekend League Belohnungsvideos so ewig, ewig lang sind. Und wir haben letzte Woche Gold 2 erreicht, ist ganz ordentlich. Mein Ziel war natürlich wie immer Elite 3. Ich habe es leider wieder nicht gepackt, aber diese Woche gehen wir es wieder an. Und ich habe mir wieder Zeit genommen, Sonntag und Freitag werde ich hauptsächlich spielen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich da viele Spiele gewinnen kann. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr gezogen habt, welchen Rang ihr erreicht habt. Und wir gehen direkt rein ins erste Pack. Wir machen zuerst, würde ich sagen, ein, ja, wohl machen wir das für 25 K-Seite zuerst. Komm, wir ziehen es einfach mal ohne lange zu schnacken. Immerhin ein 84-Plus-Spieler. Und das ist Cavani. Das ist Cavani vom PSG. Nehmen wir gerne mit. Wir drücken auf Weiter und schauen, ob da noch was Gutes drin ist. Dembele, aber Cavani ist echt stark. Cavani nehme ich gerne mit. Und dann hier noch ein Stadion. Das stoße ich jetzt einfach mal ab. Ist auch nicht mehr so wichtig. Und ja, dann kommen wir zum nächsten Pack. Und das wird ein Pack mit dem Pack-Lakut. Komm, wir setzen das Ganze richtig, richtig sexy hier auf. Drücken drauf in 3, 2, 1 und go. Komm, 35 Kasset. Es ist kein Walkout. Und es ist auch kein 84-Plus-Spieler. Da kann der Pack-Lakut direkt wieder von meinem Kopf abwandern. Ja, kann man wahrscheinlich nicht so sagen. Oder abwandern, alles klar. Mir ist jetzt kein anderes Wort eingefallen. Und deswegen habe ich halt abwandern gesagt. Okay, der kommt auf die Transferliste, der Dembele. Und jetzt muss ich kurz, spontan entscheiden, was das letzte Pack für ein Pack wird. Wir machen einfach, wir machen hier einfach so eine Schale, Jungs. Da hatte ich Schokolade drinnen, ja. Das ist ein Schokoladenschale-Pack. Schokoladenschale-Pack. Das gab es, glaube ich, so auch noch nicht auf YouTube. 3, 2, 1 und go. Komm, vielleicht ein 35 Kasset. Irgendwas gut testet. Das ist nur Scheiße. Ey, das ist so bitter. Das müsste Caballet sein von Crystal Palace, der Franzose. Naja, geht auf jeden Fall besser. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Meine Packs waren so lala. Wir haben den 86er gezogen und nochmal 4000 Münzen. Ich will mich jetzt nicht beschweren, aber, ja, richtig gut ist das halt leider auch nicht. Und ja, Freunde, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Demnächst werden noch einige SBC-Lösungen kommen, auch viele Videos zu FIFA 18. Und falls mein neues Internet jetzt endlich dann bald auch mal aufkreuzt bei mir, dann werde ich auf jeden Fall auch einen 12-Stunden-20.000-Abonnenten-Special-Stream machen mit Live-SBS, mit Giveaways, mit SBCs, mit Weekend League, mit extrem vielen geilen Sachen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, wenn mein Internet da ist. Wir sehen uns im nächsten Video und ciao!